Der Arzt hat gesagt, das Ganze dauert jetzt mindestens 16 Wochen oder es kann sogar noch länger dauern. Der Arzt hat gesagt, dass die Gewebeproben nicht gut ausschauen und es kann einen etwas schwierigen Verlauf der Krankheit ergeben. Der Arzt hat gesagt, dass die Diagnose nicht gut ausschaut und die Krankheit wahrscheinlich auch zum Tode führen könnte. Der Arzt hat gesagt, der Arzt hat gesagt, der Arzt hat gesagt. Und wir, Menschlein, wir glauben das natürlich. Weil wenn dieser Mensch, der die Titel vor sich her trägt und sagt, dass das und das passieren wird, dann glauben wir das dem. Auch wenn wir Christen sind. Aber ich frage mich, warum gehen wir, die wir uns selbst Christen nennen, warum gehen wir nicht zuerst zu dem größten Arzt aller Zeiten? Warum fragen wir nicht zuerst Jesus Christus? Wieso bitten wir ihm nicht, dass er uns heilt? Wieso haben wir den Glauben nicht, dass die Wunder, die wir in der Bibel lesen können, egal ob im Alten oder im Neuen Testament, dass die auch heute noch stattfinden können? Die Bibel sagt im zweiten Mose, im Kapitel 15, im Vers 26, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Das sagt Gott. Gott sagt zu den Menschen, zu den Gläubigen, ich bin der Herr, dein Arzt. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, ich, der Herr, bin es, der dich heilt. Wir können die ganze Bibel durchlesen. Wir werden nirgends finden, dass Gott den Menschen sagt, geh mal zuerst zum Arzt oder zu irgendeinem Menschen. Und wenn dir der nicht helft, vielleicht kommst du auch noch mal zu mir. Nein, Gott beansprucht seine Einzigartigkeit, seine Herrlichkeit, seine Schöpfungskraft. Er hat uns wunderbar geschaffen, so steht es im Psalm 139. Glauben wir das? Lasst uns doch zuerst zum Herrn im Himmel gehen, zum Vater im Himmel. Lasst uns zuerst Jesus Christus anrufen mit aller Macht und mit allem Glauben. Die Wunder, die wir in der Bibel lesen können, die gibt es heute auch noch. Die Frage ist, glauben wir dem Gott aller Götter mehr als den Menschen?